eine wunderschöne da bin ich schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video heute soll es ganz kurz und knackig drum gehen um die eksa telekom und zwar die h1 da habe ich ja schon videos zu gemacht und ich habe mir gedacht wir machen auch gleich einfach mal noch ein mikrofon test das was ihr jetzt gerade hört das mikrofon das ist das mikrofon was hier dran ist am headset das ist nicht verschönigt nichts kein filter darüber gar nichts das einzige was ich gemacht habe halt 100 prozent hier von der lautstärke und sonst habe ich gar nichts gemacht und ja das wollte ich euch noch mal vorführen wie sich das mikrofon anhört weil ja viele mal fragen wie hört sich das mikrofon an hat es hintergrundgeräusche hat keine hintergrundgeräusche und deswegen jetzt einfach mal esel fressen nessel nicht nessel fressen esel nicht und jetzt werde ich mal kurz nichts sagen nicht wundern vielleicht hört am hintergrund meine waschmaschine dies gerade an aber sonst ist ja alles aus so wie gesagt reicht mit schweigen ich weiß selber noch nicht wie sich angüren wird ich weiß nicht mehr ich werde es mir gleich dann anhören ja wenn ich das video bearbeite logischerweise ich werde dann aber nicht noch mal einen kommentar dazu machen das ist jetzt einfach nur für euch damit ihr mal reinhören könnt wie das mikrofon ist wie gesagt kein filter keine verbesserung keine software die noch zusätzlich läuft oder irgendwas dergleichen rein ungefilterte mikrofon einfach nur hier in camtasia aktiviert so wie es ist und ja ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen helfen wenn ihr fragen habt in die kommentare posten wer durch das telekom headset hier also ist halt nur eine seite und die seite nicht ich werde die anderen videos dazu mal in die beschreibung um verlinken und ja wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin haut da rein ahoi sagt euer odin ois test ois test ois test ois test